Das Selfie sorgt für Verwirrung. Zuerst der Mega-Streit mit Polizei, dann plötzlich heile Welt mit Bussi auf die Stirn. Mit diesem Schnappschuss am Freitag hat wirklich niemand mehr gerechnet. Erst wenige Tage zuvor rasten Polizeiautos zur Villa von Pietro Lombardi. Er soll seiner Verlobten gegenüber gewalttätig geworden sein. Und jetzt plötzlich alles wieder gut? Er soll Laura angefleht haben.Fans und Insider zweifeln die Echtheit des Fotos an. Es soll nicht aktuell sein. Die Wahrheit sehe nämlich ganz anders aus.Laut Bild ist es fix. Pietro und Laura sind getrennt. Die heile Welt sei lediglich der Versuch, zu retten, was noch zu retten ist. Und das wäre vor allem die Karriere von Pietro Lombardi. Denn der Sänger ist neben Dieter Bohlen das Aushängeschild von DSDS und dem familienfreundlichen Programm von RTL. Sollte sich der Vorwurf der Gewalt als wahr herausstellen, dann droht ihm das Aus bei DSDS. Seine Karriere wäre wohl am Ende. Laut Insidern habe Pietro seine Verlobte regelrecht angefleht, dass sie den Schnappschuss postet. Er wollte eine positive Botschaft in die Welt hinausschicken. Möglich, dass ihn Laura damit gerettet hat.